Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Death Pro Part im Ranked-Modus. Wobei ich hier sagen muss, bin das wirklich ich? Ich bin verunsichert gerade. Der König. Eigentlich bin ich das ja nicht, aber gut. Wir geben unser Bestes. Wie machen wir das denn am besten? Wir legen mal so los, ganz normal mit dem Burning Abyss Deck. Das ist übrigens das Deck, mit dem wir jetzt heute spielen werden. Was gibt's denn großartig zu sagen? Ja, ein schon etwas älteres Thema. Das, wie ich aber finde, dennoch Potenzial hat, da es ja auch in Bosch jetzt ein bisschen neuen Support bekommen hat. Wir schauen mal, wir millen erst einmal. Wir haben einen Pfaffer, den möchte ich gleich aktivieren. Da können wir sein Monster verbannen. Den direkt angreifen einmal. Und ich finde, der Rasse zum Sternlicht finde ich eine sehr gute Karte in der aktuellen Meta. Da die Twin Twisters ja ziemlich viel Backrow clearen und man so den Twin Twister entgehen kann und noch einen zusätzlichen Sternstopp-Drachen bekommen kann. Schauen wir mal, ob uns gleich einer erwischt. Noch nicht, okay. Wir sind momentan noch safe. Es spielt noch eine verdeckt. Okay. Wir können nächste Runde ein bisschen von seinen Karten clearen. Denn wir spielen offensichtlich gegen Graulien. Was haben wir denn hier? Ein Galaxy Cyclone, den möchte ich gleich aktivieren. Stellen wir seine Search-Karte. Dann millen wir wieder. Drei. Na, noch eins. Hier ist natürlich nicht so schön. Aber es kann... Eigentlich ist es schon sehr gut, wie es gerade läuft. Dann möchte ich doch direkt gleich was von ihm zerstören. Zwei. Drei. Die letzte können wir wieder verbannen durch den Farfa. Kompol ist okay. Genau. Die Effekte möchten wir triggern. Erstmal sein Monster verbannen. Damit holen wir uns einen Seer wieder zurück. Dann holen wir unsere Monster wieder zurück. Und dann gehen wir auf unseren zweiten Dante. Okay. Wir haben dieses Duell schon gewonnen. War ein ziemlich gutes. Da sieht man, wie man mit Burning Abyss dennoch noch gute Starts haben kann. Man hat halt Probleme. Gerade gegen so Karten wie mit Cosmo. Man kann sie nicht targeten. Und da wird es dann schwieriger, drüber zu kommen. Aber ich habe sogar hier einen Out reingepackt. Und wir haben jetzt durch den Bosch Cyber Drachen und Endlichkeit sogar möglich, hier in diesem Deck auf den zu kommen mit einer ganz bestimmten Karte. Würde ich auch gerne zeigen, wenn es uns... Sofern es uns möglich ist. Ich würde sagen, ein Duell machen wir auf jeden Fall noch. Das einzige, was ich komisch finde... Nun ja. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Death Pro Bug ist. Aber wir werden sehen, ob das vielleicht im nächsten Duell anders da ist. Nun denn, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im zweiten Duell. Bis gleich. Ah, anscheinend wirklich ein kleiner Death Pro Bug. Diesmal spielen wir wieder als einen anderen Namen. Wir spielen wieder mit unserem Burning Abyss Deck. Die zweite Runde. Schauen wir mal, wie es diesmal verläuft. Und unseren Gegner können wir auch gar nicht sehen. Unseren Namen von unserem Gegner. Okay, wir starten. Wir legen los. Ein sehr schönes Blatt wieder, wie ich finde. Und wir spielen gegen Psy-Frame. Ein schwieriges, zu händelndes Thema. Ah, ich dachte, unser Monster wird jetzt auch noch zerstört. Aber Gott sei Dank nicht. Das ist sogar sehr schön für uns. Ich weiß nicht, ob ich gerade melden möchte oder nicht, ist die Frage. Wir können andererseits drei seiner Karten zerstören. Ach, ich möchte melden. Ich möchte es riskieren, denn ich kriege auch da noch ein Search. Und wir haben etwas sehr schönes gemeldet. Damit können wir uns einen... Ja, was können wir uns damit holen denn? Das ist gerade ein wenig schwierig. Ja komm, wir machen es. Und somit haben wir zwei Monster auf dem Friedhof. Und können unsere Backflow somit auch nutzen. Dann beenden wir unseren Zug. Und Topf. Na ja, unser letztes Duell mit Psy-Frame ist nicht so sonderlich gut verlaufen. Das ist schon ein bisschen her. Dieses Thema ist auch schwierig zu bewältigen, muss ich sagen. Okay. Ich möchte eigentlich schon die Karten von ihm zerstören. Und dann aktivieren wir unsere Effekte. Wir holen uns unseren Seer wieder auf die Hand. Und triggern ihn. Mit ihm specialen wir, ich würde sagen noch einen Scarm. Und dann in unserer Endphase können wir noch unseren zweiten Scarm triggern. Mit ihm holen wir uns... Was holen wir uns denn? Einen Rubik würde ich sagen, genau. Damit können wir seine Fallenkarte wieder ins Deck mischen. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Mit Virtual, damit er keinen Surge kriegt. Genau, da kommt seine Trigger. Und dann aktivieren wir unsere Leere. Ah, er kann sie sogar in unserer Phase anketten. Und das war jetzt wieder nicht bekannt. Nun dann. Gut, greifen wir an. Und beenden unseren Zug und kriegen unseren nächsten Search. Damit surgen wir uns einen weiteren Seer. Nun gut, ich bin gespannt wie er hier weiterkommt. Und triggern wieder unser Ding und schießen seine Verdeckte. Dann können wir ihm noch 900 Schaden geben. Verbannen dich, dich und ich würde sagen noch den anderen Seer. Und dann greifen wir eigentlich für Game an, würde ich sagen. Ja, wenn er nichts mehr hat. Da durch die Lehre der Eitelkeit seine Spezialbeschwörungen geblockt werden, dürfte eigentlich nichts mehr sein. Genau. Die Lehre der Eitelkeit war es. Die hat uns zum Sieg verholfen. Denn sonst wäre dieses Duell wieder ziemlich anstrengend und mühselig geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch ein drittes Duell showcasen möchte. Schauen wir doch mal kurz, wie ich in der Zeit liege. Kleinen Moment. Ja, gut. Wir könnten sogar noch ein drittes machen. Ich hoffe, dass dies nicht wieder zu lange dauert. Denn ich würde schon gerne den Cyberdrachen Unendlichkeit Play zeigen, sofern er mir möglich ist. Wir sehen uns gleich. Und wir kommen zurück zu unserem dritten Duell. Diesmal spielen wir gegen uns selbst, wie es scheint. Wir möchten gerne starten. Ah ja, genau. Da haben wir die Karte, die einen Cyberdrachen Unendlichkeit beschwören kann. Wir spielen wieder ganz normal. Millen wieder. Je nachdem, was wir jetzt millen, können wir sogar in seiner Runde einen Infinity beschwören. Ne, das war nicht so gut. Wir holen uns einen Zier, würde ich sagen. Genau. Dann setzen wir noch unsere zwei. Und beenden unseren Zug. Und ketten unseren magischen Duft ein. Das verhindert, dass unser Gegner Zauberkarten in der ersten Runde gleich aktivieren kann. Denn unser Deck ist so ziemlich nur auf Fallenkarten ausgelegt. Daher finde ich sehr gut, diese Karte in dem Deck zu spielen. Gerade um auch die Metapendeldecks zu stoppen. Okay. Angreifen möchte er nicht. Dann millen wir wieder was. 3. Und eigentlich bin ich dafür, seinen Clown zu verbannen. Und dann greifen wir mal an. Und dann greifen wir mal an. Das sieht so aus, wie ich es tue. Aber schön ist es gerade nicht anzusehen, muss man sagen. Echt nicht schön. Ich frage mich, ob unser Gegner dasselbe gerade passiert. Okay, unser Gegner hat aufgegeben. Es wäre auch sehr unschön geworden, jetzt so noch weiter zu spielen. Ich muss sagen, gehen wir erstmal hier raus. Das ist nicht schön anzusehen. Es war unser drittes Duell. Ich konnte zwar den Cyber Infinity nicht showcasen. Aber vielleicht im nächsten Part, würde ich sagen. Haben wir ja nochmal die Gelegenheit dazu. Nun denn, ich würde sagen, das war es für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst doch bitte nicht zu liken. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer WaveStyle. Ciao.